Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 19. Episode hier bei uns auf unserem New Yador Season 3 Server. Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen von unserem neuen Turm, den wir letzte Folge gebaut haben. Und ich bin mit dem Ergebnis jetzt eine Woche später auch noch ziemlich zufrieden. Gefällt mir alles sehr gut, das Feedback war generell ziemlich gut dazu. Danke dafür nochmal an dieser Stelle. Wie bereits letzte Folge angesprochen, wollen wir heute zwei, drei automatische Farmen bauen. Und die kann ich euch jetzt gleich direkt verraten. Und zwar benutzen wir in letzter Zeit sehr, sehr viele Raketen, um mit unserer Elytra zu fliegen. Und da ich mich nicht ja die ganze Zeit bei Chrysia bedienen kann und die dort borgen kann, habe ich mir gedacht, müssen wir eine eigene Sugarcane Farm bauen. Und diese Sugarcane Farm können wir natürlich gut nutzen, um nachher Papier zu erzeugen. Gunpowder kriegen wir sowieso schon von der Witch Farm und genau so eine Sugarcane Farm wollen wir bauen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, wenn wir schon so ein Loch graben, möchte ich das auf jeden Fall auch nutzen, um eine Melon- und eine Pumpkin-Farm zu bauen. Dementsprechend werden wir nachher mit drei Farmen enden. Von der Position her wollte ich diese hier vorne unterbringen. Die Items möchten wir nicht hier vorne in unser Hauptlagersystem einsortieren. Denn wie gesagt, wir wollen viele Gebäude für verschiedene Farben haben. Und die Idee ist, die ganzen Farben hier vorne unterzubringen. Die sollen nicht zu groß werden, nicht dass wir zu viele Items kriegen. Trotz allem werden wir nachher eine Overflow-Protection bauen und dann kann man die Items hier irgendwo nachher abholen. Wenn wir darauf mal ein Haus gesetzt haben, das werden wir aber noch nicht diese Episode machen. Dann hat ein netter Zuschauer, ich habe den Namen gerade vergessen, in die Kommentare geschrieben, dass die Iron-Golem-Farm hier vorne wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, weil hier vorne in der Mitte wir ja die Slime-Farm haben. Und die Slime-Farm benutzt Iron-Golems. Und das Problem ist natürlich, dass dadurch hier vorne das Village sozusagen nicht mehr motiviert ist, neue Iron-Golems zu produzieren. Und genau das wollen wir einmal überprüfen. Ich werde mich jetzt gleich einmal hier in die Nähe der Iron-Golem-Farm begeben. Dann lassen wir mal kurz für 15 Minuten Zeitraffer laufen. Und dann schauen wir, ob tatsächlich keine Iron-Golems mehr spawnen. Und wenn das der Fall ist, können wir nicht wirklich viel machen. Dann werde ich, denke ich mal, hier die Lichtlöcher entfernen und zumachen. Dann haben wir hier halt eine tote Iron-Golem-Farm liegen. Mal schauen, vielleicht kann man das ja in Zukunft irgendwie fixen. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtiger, dass dann halt die Slime-Farm läuft und drei Villager-Farmen hier reichen mir meiner Meinung nach auch. Wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal, ob das alles so stimmt. Ihr habt's gesehen, es sieht gut aus. Der Iron-Golem ist hier gespawnt, sogar ein zweiter ist gespawnt. Das heißt, dass die Farm hier voll funktioniert. Der dritte Feld auch. Das heißt, wir haben die Abstände anscheinend richtig beachtet, beziehungsweise ich habe sie nicht beachtet. Aber es hat glücklicherweise hier vom Abstand gepasst. Das heißt, es funktioniert alles so weit, wie es funktionieren sollte. Das heißt, wir müssen hier nichts ändern. Haben Glück gehabt. Danke aber für den netten Kommentar, denn es hätte wirklich sein können, dass das alles nicht so funktioniert mehr, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber anscheinend haben wir Glück gehabt. Dementsprechend können wir jetzt ganz ohne Sorge an den nächsten drei Farmen bauen. Dazu werde ich jetzt zuallererst einmal ein Loch ausheben, wo wir dann nachher unsere drei Farmen bauen werden. Wie gesagt, ich habe jetzt hier unser Loch ausgehoben, wo wir nachher unsere drei Farmen drinnen bauen wollen. Außerdem habe ich schon mal etwas Holz und Netherquards besorgt. Das brauchen wir nachher für die ganzen Pistons und für die Observer, die wir hier in der Farm benutzen wollen. Ziel ist es, dass jede Einheit theoretisch einzeln funktionieren würde, sodass wir nicht immer eine ganze Reihe an Pistons bewegen müssen. Es ist zwar etwas teurer, aber ich denke trotz allem mit Netherquards, Holz, Eisen, das sind alles Materialien, die wir eigentlich in großen Mengen haben und genau diese wollen wir hier verwenden. Ich lande jetzt mal hier unten und ihr könnt sehen, dass das Loch, was ich ausgehoben habe, ziemlich groß ist. Das heißt, ich konnte jetzt auch die ganzen Steine, die sowieso schon unser Lager überfüllt haben, jetzt endlich in unseren neuen Turm tun. Dort haben wir ja Kisten letzte Folge eingerichtet und dort habe ich jetzt mal die ganzen Materialien eingepackt. Ansonsten seht ihr, dass wir hier, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Loch haben. Wir wollen hier verschiedene Farmen reinbauen und ich habe verschiedene Ideen, wie wir das machen können. Die Größe hier ist erstmal 21x21 Blöcke, die Höhe weiß ich nicht ganz genau, aber die Idee ist diese, dass wir entweder ganz viele Farmen hier so parallel hintereinander machen, das wäre natürlich sehr, sehr platzeffizient, oder wir bauen ein Design, was optisch gut aussieht und was sichtbar ist. Das weiß ich aber noch nicht wirklich, ob ich das machen soll, denn die Farm wird ja sowieso unterirdisch sein. Das Einzige, was man nachher von der Farm sieht, ist sozusagen der Aufzug, der nachher irgendwo von hier in der Mitte zu dem oberirdischen Häuschen führt, wo wir dann das Lager einrichten werden. Aber ansonsten werden wir hier nicht wirklich viel sichtbar machen. Dementsprechend gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir ganz, ganz viele Farmen hier parallel hintereinander bauen. Ich werde so, ja, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel machen oder zwei Drittel Sugarcane, ein, ja, oder zwei im Verhältnis 2-1-1, also zwei Sugarcane-Farmen, eine Melon-Farm und eine Pumpkin-Farm bauen, so dass wir hier dann einen guten Item-Fluss haben. Der Platz sollte genügen, oberirdisch wird man nachher nichts sehen, außer dem Häuschen, was wir dafür bauen werden, dann werden wir die Items hochtransportieren, sortieren, in das Häuschen einsortieren, das geschieht aber in einer anderen Folge. Ich habe, wie gesagt, die Materialien jetzt schon zusammengesucht, werde mal mit den Sugarcane-Farmen beginnen. Ich werde das Design benutzen, welches ihr auch bei mir auf dem Channel als Tutorial sehen könnt. Ist ein ganz simples, teilbares Design, das erkläre ich euch aber gleich. Ich baue erstmal die ersten Einheiten und dann sehen wir uns wieder. Ja, wir sind wieder ein Stück weiter gekommen, die erste Reihe unserer Farm ist fertiggestellt. So sieht sie aus, man kann ziemlich gut erkennen, dass das hier ziemlich genau übereinander passt und die Farm läuft auch schon wunderbar. Ich konnte hier vorhin schon die ersten Sugarcanes aufsammeln und das klappt auch auf allen Ebenen. Die Funktion ist eigentlich ziemlich simpel und easy erklärt. Wir haben hier vorne das Sugarcane hier hinter Wasser, sodass es hier wachsen kann. Dann haben wir hier einen Piston, der nachher die Sugarcanes nach vorne schiebt und sobald ein Sugarcane so groß ist, dass es den Observer erreicht, erkennt er dieses und schießt dann sozusagen die ganze Reihe nach vorne. Wir können das hier einmal simulieren und die Sachen landen dann hier unten und leider auch teils hier auf dieser Ebene. Theoretisch könnten wir das jetzt hier mit einem Hopper-Minecart aufsammeln auf der untersten Ebene. Darüber wird es aber nicht funktionieren, da das vom Platzer ja überhaupt keinen Sinn ergibt, da wir hier genau vor den Observern werden. Das heißt, wir haben mit dieser Version der Farm einen gewissen Anteil an Sugarcanes, der hier auf der Reihe liegen bleibt. Das ist zu verkraften. Wir wollen hier wie gesagt keine 100% perfekte Version haben. Braucht man wirklich nicht. Und da wir mit so einem Design schon wirklich sehr, sehr viel Sugarcane in kurzer Zeit kriegen werden, wird es auf jeden Fall uns genügen. Das gleiche werden wir ungefähr auch so nachher für unsere Melonen und Pumpkins machen. Dort werden wir dann aber auch die restlichen Items aufsammeln. Von der Breite her, seht ihr, ist das Ganze relativ kompakt gehalten. Ich habe hier und da nochmal ein paar Lichtquellen angebracht. Insgesamt ist das Ganze nur drei Blöcke breit. Hier hinten ist im Grunde genommen einfach nur Redstone, was dann über einen Block hier vorne den Pisten bepowert, sobald der Observer was erkennt. Und viel mehr an Technik steckt hier nicht hinter. Ich habe mir nochmal ein paar Designüberlegungen gemacht. Und zwar würde ich sagen, dass uns zwei dieser Wände hier theoretisch auf jeden Fall reichen sollten. Und genau deshalb werden wir noch eine zweite Wand genauso hier gegenüber hinsetzen, sodass dann beide dieser beiden Farmen sozusagen die Items hier in die Mitte schießen. Hier werden wir dann eine Art Wasserstrudel bauen, wo die Items aufgesammelt werden, in die Mitte transportiert werden. Und in die Mitte werde ich versuchen, einen Item Elevator zu bauen. Und oben drüber bauen wir dann ziemlich mittig unser Storage Area, beziehungsweise das Gebäude, wo wir unsere Farmerzeugnisse sammeln wollen. Die Pumpkin- und Melon-Farm wird dann so gemacht, dass wir die genau gegenüberliegend bauen. Das heißt, hier und hier kommt die Sugarcane-Farm hin. Und dann wollen wir hier und hier eine Melon- und eine Pumpkin-Farm bauen. Die sind etwas kleiner natürlich. Aber wir werden das dann so machen, dass das hier alles schön quadratisch ist. Und von der Effizienz, denke ich, sollte uns das auf jeden Fall auch ausreichen. Wir werden damit genügend Items farmen und schneller als uns liebes wird das ganze Lager auch volllaufen. Ich werde jetzt nochmal ein paar Materialien farmen, sodass ich mir die restlichen Observer zusammencraften kann. Die werden wir dann hier anbringen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die zweite Wand fertig ist und vielleicht die erste Wand der Melon- bzw. Pumpkin-Farm steht. Ich bin wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Für mich ist es jetzt schon der nächste Tag. Ich habe gestern Nachmittag, gestern Abend und heute Vormittag jetzt hier die zweite Reihe an Sugarcane-Farms hingesetzt. Die sind natürlich genauso gespiegelt wie die erste Seite. Außerdem habe ich jetzt schon die komplette Melon-Farm gebaut. Gespiegelt wird das Ganze nachher dann mit der Pumpkin-Farm. Ihr seht, von der Höhe her passt das perfekt. Ich habe das jetzt nicht vorher berechnet, einfach vorhin mal ein wenig ausprobiert. Und ihr seht, dass die Farm genauso groß ist bzw. genau den gleichen Abstand braucht wie unsere Sugarcane-Farm. Somit sieht das optisch hier auf jeden Fall auch ziemlich gut aus. Und ich möchte euch einmal kurz erklären, wie die funktioniert. Vorweg eine wichtige Sache, die viele von euch vielleicht nicht wissen. Und zwar brauchen Pumpkin- bzw. Melon-Seeds bzw. die Samen davon, woran nachher die spätigen Melonen bzw. Pumpkins wachsen, keinerlei Wasser, wenn diese komplett ausgewachsen sind. Genau das habe ich hier gemacht. Ich habe die Felder sozusagen einmal mit der Höhe bearbeitet, dann dort Bohnenwiel bzw. den Seed draufgetan, Bohnenwiel draufgetan, sodass sie vollkommen ausgewachsen sind. Und so können wir die Farm hier betreiben, ohne überhaupt Wasser in der Nähe zu haben. Das sieht dann so aus. Hier hinter, ich stecke mich einmal kurz hoch, seht ihr, dass eine Reihe mit Gras bzw. mit Erde da ist. Dort können dann die Melonen bzw. der Pumpkin drauf wachsen. Das Ganze wird hier hinten vom Observer erkannt. Der gibt das Signal hier oben an einen Ziggy-Pisten weiter. Der zieht durch den Doppelimpuls einmal einen weiteren Observer vor und zurück. Und der gibt das Signal dann hier hinten an den unteren Pisten weiter. Und der zerstört dann automatisch hier vorne den Block bzw. die Melone bzw. den Pumpkin. Dieser wird nach vorne geschoben. Und das Ganze wird dann hier von der Reihe an Itemhopper aufgesammelt, zur Seite transportiert. Und hier werden wir die dann nach unten transportieren lassen, so dass wir diese nachher hier in den Wasserstrom schießen können. Und hier in der Mitte werden wir diese dann nach oben transportieren. Wir gehen jetzt einmal hier vorne auf die Rückseite. Und um die Farm zu bauen, musste ich den Bereich, den wir vorher hatten, nochmal um drei Blöcke nach hinten erweitern, so dass wir hier genügend Platz haben. Auch hier kannst du nochmal die Technik sehen. Hier vorne ist der Pisten. Der zieht dann hier vorne den Block vor und zurück. Der gibt das Signal dann hier unten an den Pisten weiter. Der zerstört dann dementsprechend die Melone bzw. den Pumpkin. Und so funktioniert die Farm vollkommen fallautomatisch. Und der Vorteil hier ist, dass nicht eine ganze Reihe von Pistons, wie hier vorne aktiviert wird, sondern wirklich jeder Pisten nur einzeln aktiviert wird. Ihr habt es da oben gerade einmal gesehen. Und so ist die Farm relativ fleckfreundlich und läuft wirklich nur, wenn wirklich etwas gewachsen ist. Das gleiche werde ich jetzt nochmal eins zu eins spiegeln, so dass wir das in dieser Richtung haben. Das werde ich dann bloß mit Pumpkin Seeds machen. Und so sollten wir dann auf jeden Fall, denke ich, eine genügend große Effizienz haben, um die Farm, ja wenn wir die Farm hier wirklich betreiben, um unserem Vorrat zu stillen. Das sollte von daher alles passen. Ich mache mich jetzt an die Arbeit. Das kostet alles viele Ressourcen, vor allem viel Holz, viel Stein, viel Redstone und viel, ja komm, Quarz, was wir hier brauchen. Dementsprechend bin ich zwischendurch auch immer Farm, um die Materialien zusammenzusuchen. Und wenn wir das hier alles fertig haben, werden wir gleich hier den Wasser Whirlpool bauen, der das Ganze dann zur Mitte transportiert. Und hier habe ich mir gedacht, werden wir dann einen durchsichtigen Fahrstuhl bauen, der die Items sozusagen nach oben transportiert. Das sehen wir aber gleich. Ich mache jetzt erstmal die zweite Seite fertig. Wir sind soweit fertig. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Ich habe jetzt die Melon Farm, beziehungsweise die Pumpkin Farm, hier jetzt genau gegenüber der Melon Farm gebaut. Und das hat natürlich genauso funktioniert, wie es auch auf der anderen Seite funktioniert hat. Ich habe alles jetzt ausgeleuchtet, hier oben nochmal die gleiche Umrandung hingesetzt, sodass wir hier einen ebenerdigen Abschluss haben und in der Mitte hier ein schönes Quadrat haben. Dieses Quadrat, beziehungsweise dieses Viereck, habe ich jetzt genommen, in der Mitte, beziehungsweise an den Seiten Wasser hingesetzt, sodass die Items wirklich in die Mitte getrieben werden. Und von dort werden sie in einen klassischen Item Elevator reingetan und von dort dann nach oben transportiert. Außerdem, das kann man hier an den Seiten sehen, habe ich jetzt die Hopperlinien, die die Melons und Pumpkins transportieren, auch verbunden, sodass diese nach unten führen, zu Mitte führen und von dort werden sie dann auch hier in den Item Elevator rein transportiert. Ihr seht, es sammelt sich jetzt schon eine ganz schöne Menge an Items ran. Das sind diese, welche ich hier gerade durch den Anschluss erhalten habe. Das sollte gleich aufhören und dann beginnt die normale Flowrate. Die Idee ist jetzt, dass wir genau hier mittig oben drüber, wir werden hier eventuell ein Glasdach drüber setzen. Mal schauen, wie wir das machen, damit man das ein bisschen sehen kann, weil optisch gefällt mir das hier auf jeden Fall ziemlich gut. Werden wir es so machen, dass die Items nach oben transportiert werden und dort werden wir dann eine Art Storage System mit einem Itemfilter bauen, sodass wir dann, sobald die Kisten auch voll sind, wir diese dann in den Müll schießen können, sodass wir nicht zu viele Items hiervon ansammeln und dadurch eventuell der Server crasht. Ich hüpfe jetzt nochmal hier runter, auch wenn es schwer ist rauszukommen, dann könnt ihr nochmal sehen, wie es aussieht. Hier werden, wie gesagt, die Wasserströme herkommen. Hier haben wir die so gesetzt, dass die keine unendliche Wasserquelle bilden und dann wird alles in die Mitte transportiert. Hier ist der klassische Item Elevator, welchen ich auch drei, vier Mal jetzt schon hier in der Basis gebaut habe und von dort werden die Items dann nach oben transportiert und das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge. Vielleicht können wir uns die einmal anschauen, ohne dass ich jetzt hier zu viel Schaden anrichte. Ich denke mal, wir fliegen jetzt bestimmt drüber. Ne, das sollte passen. Und ihr seht, wir haben hier schon eine ganz schöne Menge an Items. Die können wir, wie gesagt, später aufsammeln. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das werden wir alles in der nächsten Folge machen. So, ich versuche jetzt erstmal rauszukommen, ohne zu sterben. Das ist immer hier ein bisschen tricky und wenn ich jetzt hier raus bin, können wir sofort auch gleich die Folge beenden. Ja, das hat gut geklappt. Ihr seht, von oben sieht man nichts und hierauf werden wir dann das Haus in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge bauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat die Farm gefallen. Wenn du Tipps, Verbesserungsvorschläge hast, schreib das gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch Designidee habt, wie wir die Decke, das Haus gestalten können, lasst euch das vielleicht im Discord-Channel wissen. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle. Wir sehen uns nächsten Freitag um 16.30 Uhr wieder zu einer neuen Folge. Bis dann. Ciao, ciao.